Diese Woche war echt anstrengend, zwei Krankenfälle, Tickets ohne Hände. Echt schlimm. Du musst gleich reden, du arbeitest alleine. Stimmt. Aber ich freu mich jetzt schon. Franz kommt. Heute Abend um sieben. Hast du ihn nicht vergessen, Molly? Mhm. Ihr solltet euch super verstehen. Ihr seid meine zwei begnadete Köche. Schau. Dann macht er ja gerade einen Schwenksbraten. Mhm. So, wenn wir jetzt den Tag bekommen, ich muss noch mal los. Jetzt noch? Ja. Vergiss nicht, ich möchte nicht. Machen wir mal. Und heute noch. Tschau. Ich habe ein Paket für Sie. Servus, sagt man normalerweise. Grüß Sie. Ein Unterstück bekomme ich bitte auch noch. Weil ich habe nichts anderes bestellt. Und jetzt wurde schon versucht habe. Ich bin glücklich. Alles gut? Was ist passiert? Hans ist tot. Wie meinst du das? Hans ist tot! Ich bin glücklich. 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 Ich bin glücklich.